es macht noch ich hätte das sieht ja mal geil aus diejenigen ne blubbelwand ich will euch fressen ich will euch fressen kommt und wenn ich muss euch in die blubbelwand oder komm her komm sei mein Futter komm ich will dich fressen hab dich hab dich hab dich na und dich auch noch ich hab dich ich hab dich da waren es nur noch vier die wir fressen können na kommt kommt ihr meine lieben kommt ich denke als nächstes wenn wir uns das nächste mal entwickeln dann werde ich entweder ein neues Gebiss holen damit wir stärker zubeißen können komm her komm her du Sushi komm her du Sushi Fushi werde ich mir entweder neue Zähne holen ja die alten die ah jetzt müssen wir hier durchschwimmen gucken dass wir am Leben bleiben 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 Leben bleiben nicht sterben okay also sobald der Vulkan ausbricht müssen wir ja gar ja ich weiß wir müssen einige Fische fressen und dann bricht der Vulkan aus dann verschwindet die blubbelwand Und wir müssen weiterschwimmen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Hopp, 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 niam, niam, niam. Hm, du bist lecker. Na, komm, ihr seid genauso lecker. Ja, schwimmt mir genau in die Zähne, ihr seid ihr Idioten. Aber gut, mir soll es recht sein. Jetzt warte ich einfach mal hier. Die kommen eh wieder. Denke ich zumindest mal. Ich fresse euch. Ich fresse euch. Ich habe doch gesagt, ich fresse dich. Ich sage, ich fresse dich, beziehungsweise ich fresse euch. Dann schwimmt mir nicht weg. Also mir macht dieses kleine knuffige Spielchen jetzt schon Spaß. Ja, was heißt knuffig? Ich meine, fressen und gefressen werden, ne? Ganz normales Leben halt. Ich sehe dich, komm raus. Ich habe dich gesehen. Ja, aber da hinten war auch noch Futter. Na, fischi, 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 fischi. Kommt, komm, komm, komm. Kommt doch höher. Kommt höher. Komm. Komm, hier los. Komm. Oh, oh. Ja. Oh, wackel doch mal nicht so. Da sterbe ich doch gleich wieder. Scheiße. Ja, Gaia. So, wir wissen es. Ich gucke mal nach, wie genau das jetzt hier geht. So, ich fress mich jetzt hier wieder durch die Fischchen. Und ja, ich kann hier rennen, beziehungsweise schnell schwimmen. Nom, 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 nom. Seht ihr? Vielleicht hilft mir das auch bei den Vulkanen. Ja, sicher wird es mir helfen, denke ich mal. Nom, 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 nom. He, 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 he. Das Wampi beißt hier den Fischschwanz ab. Wie gut, dass ich kein Fisch bin. Gut, ich kann mir auch nicht selbst den Schwanz abbeißen, aber... Ja, gut. Guck mal, wie wir gucken, wenn wir rennen. Ja, das ist gerade noch mal eine seltsame Tonlage meiner Stimme. Ich mag es nicht. Bleib hier. Goldi, Goldi. Du bist halbtot. Du bist halbtot und riechst nach Füll. Diesmal rennen wir aber. Rennen, 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 rennen. Nyaa. Und? Ja, weiter geht's. In den nächsten Vulkan. Super, klasse. Wir rennen von Vulkan zu Vulkan, fressen Fische und... Was? Okay, wofür sind sie das? Kann ich gerade nicht lesen. Habe ich zu schnell weggedrückt. Ja, auf jeden Fall. Höhle des Irgendwas. Und schön alles fressen. Alles ist Erfahrung. Ich muss sagen, es ist schon eine seltsame... Es ist schon eine seltsame Umsetzung eines Rollenspiels. Muss ich schon sagen. Aber mir gefällt's. Öfter mal was neu. Aue! Scheißwürmchen, komm her, dafür fress ich dich, du Sau. Ne, mir gefällt's. Ich mein, fressen? Hat eh nixmal wieder was Gutes gemacht. War ja nicht das einzige Gute von ihnen. Wenn man an Terranigma denkt. Hm, schönes Spiel. Ja, und da könnte ich jetzt ewig so weiterfressen. Ewig so weiterfressen. Und mich hauen lassen. Na, wieder in der Höhle. Huch. Guckt euch den mal an. Oh, der hört sich an wie ein Boss. Ja, ich denke, der graue Geselle dort ist ein Boss. Wir werden... Ich werde... Als nächstes, denke ich mal... Soll ich mir bei... Was hatte ich eben gesagt? Ich nehme mir mehr Beißkraft. Aber auf der anderen Seite könnte ich auch mal... Etwas an unsere Abwehr rumschrauben. Was meint ihr? Ich kann euch nicht hören. Ne, ich guck mal, was mich die... Der günstigste Körper kostet. Ähm... Den können wir uns... Holen wir uns den Schuppenkörper. Haben wir etwas mehr Abwehr? Wir leben etwas länger. Wir können uns ja zu anderem Zeug relativ schnell durchfressen, im wahrsten Sinne. Weil der graue Fisch sah wirklich danach aus, als... Achtung, würde er uns zum Frühstück verspeisen wollen? Wer wird hier das Frühstück mein bester? Du oder ich? Na? Oh, der macht Schaden. Der macht Schaden. Oh, der gibt gleich 50. Holla. Das ist so eine Qualle doch mit ihren... Mit ihren paar 80 doch kaum was, oder? Die Musik verändert sich. Das finde ich... Das finde ich ganz okay. Mich irritiert nur gerade im Hintergrund... Mich irritieren im Hintergrund diese Algen. Die finde ich etwas seltsam. Das sieht wirklich aus wie so... Das sieht wirklich aus wie Schweinshaxen, sagt... Schweinshaxen oder irgendein... Oder irgend so ein anderes... Ich weiß nicht, was könnte das noch sein, außer einem Schweinshaxen. Ich meine... Ich esse keine Schweinshaxen. Nee. Mag ich nicht. Ich meine, ich bin kein Vegetarier, aber ich esse schon gerne Fleisch, ganz klar. Ich meine... Ein Saarländer, der kein Fleisch isst, hat im Winter... Äh, hat im Sommer... ...einfach gelitten. Man kann sich ja auf den Schwenker keine... Keine was weiß ich was... Keine... Tofu-Würstchen oder sowas drauflegen... Blöhm...